Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Mein Name ist Hanna Steingreber, ich bin die Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcast-Liebe und wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dieses Episode 20 mit dem Titel Wie lang sollte ein Podcast sein? Die optimale Podcast-Länge. Und genau diese Frage stellen sich eigentlich jeder, wenn ein Podcast startet. Wie lang muss so eine Episode sein, damit die Hörer das hören? Wie kann ich selber definieren, was jetzt die richtige Länge ist? Gibt es die überhaupt? Weil es ja auch total verwirrend ist. Es gibt sehr lange Podcast-Folgen, es gibt kurze. Dann versucht man sich daran zu orientieren, was die erfolgreichen Podcasts machen. Dann macht auch irgendwie jeder was anderes. Die machen jetzt auch nicht alle x Minuten und das führt zum Erfolg. Also man findet die Antwort einfach nicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt hier einige Tools mit an die Hand geben, wie du für dich rausfinden kannst, was die optimale Länge ist für deine Podcast-Folgen. Da gibt es nämlich ein paar Faktoren, die da eine entscheidende Rolle spielen. Und die stelle ich dir auf jeden Fall vor. Damit das nicht auf der Luft gegriffen ist, werde ich dir auf jeden Fall auch eine Statistik verlinken in den Shownotes und darüber kurz sprechen, damit wir auch ein paar Zahlen haben. Du fragst dich sicher auch, welche Episodenlänge jetzt eigentlich die ideale ist, um die meisten HörerInnen zu binden. Denn das ist ja letztlich das Ziel. Wir wollen, dass die Leute nicht nur einmal zuhören, sondern wirklich wiederkehrende Hörer werden. Und wie ich schon sagte, ist das wirklich eine Frage, die sehr häufig gestellt wird und die man sich auch stellen sollte, wenn man Podcast starten will. Deswegen habe ich dazu auch einen Blogartikel geschrieben mit dem Titel Die ideale Podcastlänge und was dabei entscheidend ist. Verlinke ich dir auch in den Shownotes, da kannst du auch alles nochmal nachlesen. Also schauen wir uns mal an die Faktoren, die wichtig sind, wenn du überlegst, wie lang soll jetzt meine Podcast Episode sein. Binde natürlich deine Zielgruppe mit ein. Du solltest deine Zielgruppe auch mal fragen. Einfach direkt fragen in deinen Communities, in deiner Facebook-Gruppe, über deinen Newsletter oder du machst eine Umfrage über Instagram oder auch wenn du einen Podcast hast, dann erzähl einfach mal in einer Folge, dass du gern wissen willst, wie lang denn die optimale Länge ist für die Hörer und verlinkt eine Umfrage in den Shownotes, dass die Leute einfach mal abstimmen und dann bekommst du auch schon ein Bild, in welche Richtung das gehen kann. Weil dann kennen sie ja deinen Podcast schon, wissen auch allein, was du erzählst und wissen selber auch, wie viel Zeit sie haben, um überhaupt zuzuhören, wie lange sie auch zuhören wollen und dann bekommst du auf jeden Fall ein realistisches Bild. Denn das ist ja wichtig, dass du für deinen Podcast ein realistisches Bild bekommst. Was ich auch machen würde, was ich auch selber gerne mal mache, wenn ich da in dem Bereich Podcast-Länge unsicher bin, dass ich wirklich jeden Kundenkontakt nutze. Das sind Kunden, die ich habe, das sind potenzielle Kunden, das sind Business-Kollegen, wo ich weiß, rein vom Podcast her ist das auf jeden Fall meine Zielgruppe, die hören mir zu. Dass man da einfach mal fragt, hey, wie lang würdest du mir denn zuhören im Podcast? Oder wie lang hörst du mir gerne zu? Oder ich habe doch letztens eine super lange Folge gemacht. War das cool? Oder soll die lieber kürzer sein? Also nutz wirklich Situationen wie Strategiegespräche, Coaching oder auch ein Erstgespräch, um da Informationen zu generieren. Ja, genau. Also das würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dass du deine Zielgruppe direkt fragst. Dann aber auch mal überlegst, du kennst ja deine Zielgruppe, du weißt, wie viel Zeit haben die eigentlich? Wie sieht deren Alltag aus? Wann hören die in welcher Situation deinen Podcast? Also ist das, wenn sie unterwegs sind, ist das, wenn sie ihre halbe Stunde einmal die Woche joggen gehen? Oder ist das, wenn das Kind gerade mal kurz schläft, zehn Minuten maximal? Ja, das sind ja unterschiedliche Situationen, in denen die Leute hören. Und je nachdem gibt das natürlich Aufschluss für die Länge von deinen Podcast-Folgen. Dann kannst du dir auch nochmal anschauen, was für ein Podcast-Format hast du denn gewählt? Also Podcast-Formate sind so Dinge wie Co-Moderation, Interview, Soloshow und da gibt es noch viele mehr. Ich verlinke dir auch gern mal den Blogpost von uns, welche Podcast-Formate gibt es, da kannst du noch mehr nachlesen. Der Link ist in den Shownotes. Aber grundsätzlich, wenn du dein Format kennst, machst du da in deinen Solo-Folgen Wissensvermittlung, ja, dann macht vielleicht wirklich bei kompaktem Wissen es mehr Sinn, wenn du kürzere Episoden machst, weil wir alle wissen, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist heutzutage nicht mehr so lang. Und derjenige, der zuhört, der soll ja auch wirklich was mitnehmen. Also da macht es vielleicht Sinn, wirklich sowas wie zehn Minuten, zwölf, 15 Minuten vielleicht zu sprechen maximal. Außer du gibst da eine Auflockerung rein, dann kannst du auch mal länger sprechen, ja, um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben. Wenn du Interviews machst, ich sage immer, ein Interview kann man in 20 Minuten machen, man muss nicht zwei Stunden sprechen. Du kannst aber auch sagen, nee, mir ist der Tiefgang wichtig, wir brauchen mehr Zeit, der Gast so wirklich erzählen können über das Thema. Ich will auch noch meinen Input geben, vielleicht ist es auch eher ein Gespräch. Wir brauchen auf jeden Fall die Dreiviertelstunde. Dann ist es auch fein. Also das Format dirigiert auch die Länge, wie du merkst. Und wenn du merkst, jetzt wird es aber wirklich sehr lang, wir sind bei anderthalb Stunden, das möchte ich meinen Hörern nicht zumuten, das kann ich ihnen nicht zumuten, weil ich weiß, sie haben nur eine halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde, um zuzuhören, dann teile doch einfach bei so einer Überlänge ein Interview in zwei Teile. Ja, hast auch gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und wirst dann wiederum den Hörern gereicht mit deiner Podcastlänge. Und das ist ja wichtig. Ohne Hörer hast du letztlich keinen Podcast. Bevor ich dir jetzt gleich noch ein paar Zahlen liefere und auch zwei richtig spannende Beispiele für kurze und für lange Podcasts nenne, würde es mich total freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn er dir einen Mehrwert liefert, dann verpasst du nämlich keine weiteren Episoden und wirst immer über neue Episoden direkt informiert. So, jetzt habe ich dir schon mal zwei Faktoren vorgestellt, die Zielgruppe und das Podcast-Format. Es gibt aber natürlich auch Zahlen zu diesem Thema Podcastlänge, wie lang soll so eine Podcast-Folge sein. Und da gibt es eine Studie, die ich dir verlinke in den Shownotes, aus dem Jahre 2019. Und die hat ergeben, dass für 23 Prozent der befragten Podcast-Nutzer in Deutschland eine Dauer von 11 bis 20 Minuten die optimale Länge eines Podcasts darstellt. Ja, also kurz dahinter sieht man in der Statistik auch, liegt dann für 21 Prozent der Befragten die Präferenz eben für eine Episodenlänge von 21 bis 30 Minuten. Ich finde, das gibt schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt, in was für einem Rahmen wir uns hier von der Podcast-Länge bewegen. Und ich würde so eine Statistik nie ignorieren. Aber es ist auch nicht das Nonplusultra. Es ist nur ein weiterer Faktor, der in deine Entscheidung für deine individuelle Podcast-Länge mit reinspielt. Es gibt natürlich auch immer Extrembeispiele, die sehr erfolgreich sind. Da gibt es einmal eine Konferenz zum Thema Umweltschutz, was ja ein hochaktuelles Thema ist, von Yale, wo sie wirklich eine Konferenz aufgenommen haben. Die ging 11 Stunden und 14 Minuten, das muss man sich mal vorstellen. Und das haben sie als Podcast eben auch gesendet. Da kann man von ausgehen, fast dadurch, dass das Thema so hochaktuell ist, dass es auch sehr erfolgreich angehört wurde. Und auch wenn es 11 Stunden 14 sind, kann sowas erfolgreich sein. Das spielt auch das Thema letztlich wieder rein. Dann gibt es ein anderes Extrem für einen sehr erfolgreichen Podcast. Vielleicht kennst du die Marketing School von Neil Patel, die er mit seinem Kollegen macht. Die gehen jeden Tag raus und haben ganz, ganz kurze Episoden. Also wirklich so vier bis sieben Minuten. Und das ist auch sehr erfolgreich. Es sind hinsichtlich der Podcast-Länge zwei Extreme, die so auch funktionieren können. Ein kleiner Hinweis von mir, auch aus meiner Erfahrung, die ja nun schon ein paar Jahre alt ist bezüglich Podcasten, solltest du dich entscheiden, dass du wirklich gleichmäßig bist. Also beziehungsweise da geht es nicht um zu entscheiden, sondern bleib damit gleichmäßig. Ja, wenn du dich für ein langes Format entscheidest, dann bleib da auch dran und überrasch deine Hörer nicht negativ, dass du jetzt zwei Stunden deine Podcast-Folgen machst und auf einmal kommt da eine fünfminütige. Das haut natürlich das ganze System ein bisschen auseinander. Ja, nichtsdestotrotz kannst du lang und kurz auch mischen, ja, indem du sagst, okay, wir haben ein System, wo es eine Episode pro Woche eine lange gibt. Dann gibt es zwei Wochen lang zwei kürzere Episoden mit kurzem Inhalt und dann wieder eine lange. Das kann man auch machen. Man kann so ein System etablieren. Ich finde, wenn man immer eine gewisse Regelmäßigkeit erkennt, dann passt das ganz gut. Und wichtig ist auch hier Thema Regelmäßigkeit. Da gibt es auch noch eine Podcast-Folge zu. Das wird die PMW24 sein. Ist aktuell noch nicht veröffentlicht, aber die kannst du dir dann auf jeden Fall anhören, wenn die draußen ist. Da geht es um das Thema Frequenz bei Podcast-Folgen. Ja, es ist wichtig, dass du regelmäßig veröffentlichst. Ja, wenn du im Kopf der Leute bleiben willst und auch D-Abos vermeiden möchtest, dann würde ich wirklich öfter rausgehen. Lieber als, dass man sagt, man macht super lange Episoden. Denn das ist auch immer die Frage. Ja, soll ich jetzt öfter veröffentlichen? Oder wenn ich nicht so oft rausgehe mit einer neuen Episode, soll ich dann lieber die Episoden, die ich eben veröffentliche, länger gestalten? Und da ist ganz klar meine Antwort, weil es auch fürs Ranking besser ist, dass du lieber öfter rausgehst, wenn das dem Content gerecht wird, als dass du jetzt sagst, okay, ich gehe nur einmal einen Monat raus und dafür ist die Episode dann zwei Stunden lang. Ich glaube, du weißt, was ich hier meine. Ich habe es gerade schon angesprochen, der Content entscheidet natürlich auch maßgeblich über die Länge von den Episoden. Deswegen, du machst dir sicher ein Skript in irgendeiner Form, Stichpunkte, Mindmap, wie ich das hier jetzt habe und dadurch weißt du auch, ah gut, okay, da lande ich bei einer Viertelstunde, da lande ich bei fünf Minuten. Und deswegen weißt du ja, in deinem Skript ist wirklich alles drauf, was du wirklich sagen möchtest und das entscheidet natürlich auch darüber, wie lang so eine Episode sein soll. Es ist jetzt aber auch nicht wichtig, dass alle Folgen genau gleich lang sein müssen. Nur weil die Episode 1 elf Minuten war, darf nicht Episode 2 dann irgendwie 15 sein. Wenn das in der Range stimmt, würde ich sagen, dass du dir einfach überlegen kannst, okay, meine Episoden sind 10 bis 20 Minuten lang und wenn mal eine 22 ist, ist es auch völlig fein. Denn ich würde keinesfalls es so machen, dass ich jetzt eine Episode künstlich in die Länge ziehe, weil ich merke, oh, die ist noch nicht lang genug, deswegen erzähle ich jetzt hier mal noch so ein bisschen was. Oder möglichst viel Content eben in der kurzen Episodendauer quetschen, weil ich habe keine Zeit mehr, aber das muss ja alles noch schnell rein. Dann leidet der Content, damit leidet dann der Hörer und dein gesamter Podcast. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wichtig ist, dass du den Hörer bei Laune hältst, dass es einen Spannungsbogen gibt, dass derjenige dranbleibt, auch wirklich bis zum Ende zuhört und dass du halt auch zum Punkt kommst und wirklich echten Mehrwert bietest. Rumlabern ist schon lange nicht mehr. Also diese Laber-Podcasts, die sind im Grunde genommen nach meiner Ansicht auf jeden Fall ausgestorben. Und was du auf jeden Fall noch machen kannst, wieder zum Thema Zahlen, dass du natürlich in deiner Statistik mal guckst, wie entwickeln sich die Hörer-Daten. Ja, um einfach zu gucken, welche Episoden werden gehört, kann ich da vielleicht rauslesen, ob längere Episoden bevorzugt werden oder ob diese kurzen 5-Minuten-Episoden, die du vielleicht hast, auch total gerne gehört werden. Aktuell in 2021, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache, gibt es ja die PMW-Shorts. Also wir haben wirklich kurze Quick-Tipps einmal die Woche mittwochs und die sind vielleicht zwei, maximal drei Minuten lang, also deutlich kürzer als diese Episode, die du jetzt hier hörst. Und damit probiere ich natürlich auch mal aus, ob sowas vielleicht viel spannender und wertvoller ist, als wenn ich mich wirklich hinsetze und ein kompaktes Wissen hier in 10-20 Minuten eben liefere. Ist auch immer ein Experiment, man muss auch Dinge mal ausprobieren und dann wirst du das für dich auch schon rausfinden. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, was wir hier alles gelernt haben in dieser Folge zum Thema Podcast-Länge, damit du nochmal alles vor Augen hast, wollte ich dir gerne kurz sagen, dass du bei uns auch dich richtig gut beraten lassen kannst, ja, bezüglich Podcast-Strategie-Konzept, denn die Podcast-Länge ist ja ein Punkt, den man wirklich für das Podcast-Konzept braucht, bevor man den Podcast startet, denn man sollte sich ja klar darüber sein, mit welcher Länge will ich eigentlich starten, ja, was ist so meine Range, mit der ich rausgehen will. Und wenn du jetzt merkst, du bist dann auch unsicher, dann buch gerne mal ein Kennenlerngespräch, welchen Link findest du in den Shownotes und dann können wir schauen, ob wir da mal ein 6-Wochen-Podcast-Strategie-Konzept-Coaching machen. Das würde mich sehr freuen, wenn ich dich da unterstützen kann. Also, wir haben jetzt in dieser Folge kurz und knapp gelernt, drei wichtige Takeaways. Die ideale Podcast-Länge, die hängt von maßgeblich diesen drei Faktoren ab, einmal von der Zielgruppe, vom Format des Podcasts und vom Content natürlich. Wichtig ist, dass du Punkt 2 auch für Gleichmäßigkeit sorgst, ja, kurz oder lang oder ein System von kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang kann auch was sein, aber bau da eine gewisse Gleichmäßigkeit auf. Und abschließend gucke, dass du auch dein Hörerverhalten mal trackst, um da einfach Informationen noch für dich zu gewinnen. Ich wünsche dir jetzt super viel Spaß dabei, deine optimale Podcast-Länge zu finden und ja, schau dazu unbedingt noch in die Shownotes, da gibt es noch weitere spannende Podcast-Ressourcen und ganz, ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 20 des Podcasts Podcast-Marketing wirkt mit dem Titel, wie lang sollte ein Podcast sein, die optimale Podcast-Länge. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.